Moin und hallo! Wir von der Sportredaktion der CNNEZ wollen heute mal die Strecke testen vom Cuxaft-Marathon. Wir werden es allerdings nur bei einer Runde belassen und wir stellen sie euch vor. So, jetzt sind wir an der Schillerstraße im Lotsenviertel. Hier werden ansonsten natürlich viele unnützliche Zuschauer stehen. Noch ist jetzt etwas verschlafen. Musik 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 Der schönste Streckenabschnitt, hier geht das Herz auf. So, wir haben jetzt schon mal die Kugel Barca erreicht, das ist ein wunderschöner Abschnitt gewesen. Für schnelle Läufer wird das natürlich etwas schwierig bei den starken Kurven, wenn man auf den Deich muss oder den Deich runter kommt. Auch an der Ecke Schillerstraße-Kanarinstraße muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man schnell um die Ecke kommt. Das passiert mir nicht, keine Angst. Aber ansonsten hängt natürlich viel vom Wind ab. Heute hatte ich etwas Gegenwind bei etwa 3-4 Grad plus, der war schon etwas fies. Aber jetzt, wenn ich hier gleich um die Ecke laufe, Richtung Döse, dann kannst du noch besser werden. Es ist ein absoluter Traum hier, am Strand von der Kugel Barca in der Döse zu laufen. Mit dem Blick auf Neuwerk, einfach super strahlender Sonnenschein. Es ist eigentlich absolutes Läuferwetter. Einfach unbeschreiblich schön in Cuxhaven hier zu laufen. So, jetzt geht es wieder zurück Richtung Stadt. Aber wie ich gemerkt habe, ist der Wind jetzt frontaler. Also es ist kein Zuckerschlecken. Aber da muss ich jetzt durch. Ja, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen. Da glaubt man, in 100 Metern ist das Ziel, der Kameraplatz, Pustekuchen. Es geht nur eine kleine Schleife rum. Es fühlt sich an wie eine kleine Mogelpackung. Aber gut, damit müssen fast alle Läufe leben. Dass wir einen kleinen Schlenker machen, um auf die Gesamtdistanz zu kommen. Ja, mein Fazit. Also es ist einfach schön an der Nordseeküste zu laufen. Man kann ja nicht fast jede Strecke hier laufen. Jetzt speziell der Kurs für den Cuxhaven-Marathon. Er hat natürlich am Schluss auch wieder so seine Ecken und Kanten, die schnellen Läufern zu schaffen machen werden. Die die Zeit sicherlich drücken können. Ist für mich kein Problem, weil ich ja eher der gemütliche Hobbyläufer bin. Aber man muss auch einfach am Sonntag darauf hoffen, dass die Windrichtung stimmt oder womöglich kaum Wind ist. Windanfällig ist sie sicherlich bestimmt auf der Hälfte der Strecke. Aber ansonsten, es macht einfach Spaß. Und wenn da noch die Sonne scheint, dann wird, glaube ich, jeder mit einem Lächeln hier ins Ziel kommen, am Kämmererplatz. Und ich sag mal so, Cuxhaven hat eine der schönsten Laufstrecken. Das kann man einfach so mal festhalten. vor allem Fans billion份. Ganz morse auf dem Kopf aus.